Was geht ab Leute, euer Fraps ist hier, heute mit einem neuen Video. Heute in dem Video geht es auf jeden Fall wieder um ein äußerst interessantes Thema. Ihr habt es aus dem Titel gelesen, Freunde, es geht um Travis Scott. Wird es ein Travis Scott Konzert geben? Was wird uns erwarten? Und was kommt auf uns zu? Das werde ich euch heute in dem Video erklären und natürlich auch zeigen. Ich würde sagen, bevor es damit losgeht, Freunde, Daumen da, das nicht vergessen, abonnieren nicht vergessen und checkt gerne mein Instagram aus, fraps-yt. Würde euch auf jeden Fall nicht schaden, vertraut mir. Na ja, nichtsdestotrotz fangen wir mal direkt heute mit dem Thema an des Videos. Und zwar, Freunde, geht es um einen Beitrag, den FNLeaks & Info gepostet hat. Und zwar haben wir hier im Hintergrund ein Bild, wo die Pack-Dateien gezeigt werden. Pack-Dateien sind so verschlüsselte Dateien für Fortnite, die immer wieder aktualisiert werden von Patch zu Patch. Und nun sind dort Dateien unterwegs, die sozusagen noch nicht encrypted worden sind, also die man noch nicht wirklich einsehen konnte, was genau es ist. Aber es gibt ein paar Vermutungen. Und zwar haben wir zum einen Pack-Chunk 1000, keine Ahnung, wie das genau heißt. Aber auf jeden Fall haben wir hier so eine Pack-Datei Nummer 1000. Dort, Freunde, befindet sich eine 88 MB große Datei. Und die Leute vermuten, dass es höchstwahrscheinlich Deadpool-Skins sind, die aber nicht Deadpool sind. Beispielsweise habe ich ein Video gemacht gehabt, wo es um Deadpool-Banane ging. Also Deadpool-Bananen-Skin hatte ich da gezeigt gehabt. Und dieser wird dann auch höchstwahrscheinlich jetzt demnächst auf uns zukommen. Das bedeutet, in den nächsten paar Tagen, Wochen und Monaten wird uns solch ein Skin erwarten, den wir demnächst sehen werden. Aber, 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 Freunde. Es ist wichtig, dass ihr hier nicht darauf vertrauen solltet. Das sind nur Leaks. Es könnte sein, dass es auch etwas anderes ist. Aber, ihr wisst selber, die Leute dachten, dass das Ganze reinkommt wegen dem Roller-Emote. Da war nämlich so ein Symbol drauf von ihm, wo man diese Banane gesehen hat als Deadpool. Ihr könnt gerne das Video abchecken, was ich gemacht hatte. Deadpool und Agent Charlie haben einen Plan, heißt das Video. Schaut auf jeden Fall gerne mal vorbei. Dort zeige ich euch nochmal alles auf ganz entspannt. Und, dann haben wir eine nächste Datei. Hier steht nämlich, dass es das Travis Scott Musikpaket ist. Denn es soll bald ja ein Travis Scott-Skin rauskommen. Und dort wird es auch ein Musikpaket geben, wo man dann theoretisch gesehen im Hintergrund abspielen lassen kann. Oder es ist die Musik, die er eventuell im Konzert abspielen wird. Aber dazu gleiche mehr. Dann haben wir nochmal Pack Nummer 1004. Und dort, Freunde, ist der Travis Scott-Skin höchstwahrscheinlich. Das ist auch seit Version 12 am Start. Also seit der Season. Aber das Ganze ist nicht wirklich reingekommen. Aber man hat schon ganz leichte Leaks gesehen gehabt. Und zwar hat man da den Travis Scott oberkörperfrei gesehen. Das soll nämlich der Travis Scott-Skin sein. Eine oberkörperfreie Version von ihm. Und viele gehen natürlich halt auch davon aus, dass er ein Konzert geben wird. Was ich mir auch absolut vorstellen könnte. Ein Travis Scott-Konzert zu dem aktuellen Hype, den er hat. Und zu der Fanbase, die er hat, würde das auf jeden Fall passen. Allerschlimmstenfalls wird er einfach nur als Skin kommen. Was aber auch gar nicht mal so schlecht wäre. Sag ich euch, wie es ist. Aber viele... Also das ist jetzt wieder eine extreme Theorie. Aber ihr könnt euch ja noch sicherlich daran erinnern, wo ich euch das eine Video gezeigt habe. Wo man diese ganzen Ballons und so gesehen hat. Wo man diese ganzen Kabel gesehen hat und so. Und diese eine riesengroße Kugel. Und jetzt gibt es eine sehr grobe Theorie. Was nicht heißt, dass es stimmen sollte. Wer nicht weiß, über welche Kugel ich rede. Oder sonst was. Sollte sich auf jeden Fall mein Doomsday-Video anschauen. Schreibt einfach rein, FrapsDoomsday oder so. Dann findet ihr das Video schon. Dort habe ich das Ganze nochmal erklärt. Heißt irgendwie, du glaubst nicht, was in Fortnite passiert. Punkt, Punkt, Punkt. Also schaut da mal gerne vorbei. Dort erkläre ich euch das Event. Und jetzt, Freunde, ist es krasse jemanden in den Sinn gekommen. Und zwar könnte es tatsächlich ein Travis Scott-Konzert sein. Denn, wie ihr sicherlich wisst, ist Travis Scott ein sehr kreativer Mensch. Was seine Konzerte und seine Musikvideos angeht. Er überlegt sich immer mega geile Sachen. Und das könnte halt hier auch der Fall sein. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Zusammenhang das Ganze hier miteinander mitspielen könnte. Aber es gibt auch Informationen, wo man auch sehen kann, dass diese Luken so eine Animation haben, wo jemand da hochklettert. Und viele denken, dass es der Travis Scott-Skin ist. Dass er dann sozusagen auf die Bühne kommt und da sein Konzert abliefert. Aber wie gesagt, Freunde, das sind alles nur Vermutungen. Nur grobe Vermutungen. Das bedeutet für euch, traut der ganzen Sache nicht. Ich gebe euch nur weiter, was ich mitbekommen habe. Aber ihr könnt eure Meinung unten reinschreiben. Denkt ihr, sowas wird passieren? Und denkt ihr, dass Travis Scott überhaupt ein Event macht oder ein Konzert gibt? Oder denkt ihr, dass Travis Scott einfach so in den Shop reinkommt? Egal wie, Travis Scott wird so oder so am Start sein. Ob mit oder ohne Konzert. Und solch ein Konzert wäre auf jeden Fall mega geil. Stellt euch vor, nächste Woche so ein Konzert. Warum nicht? Ich würde mich mega freuen. Da aktuell sowieso diese extreme Corona-Krise am Start ist, würden sich viele Leute über solch ein Konzert freuen. Und bis jetzt waren solche Konzerte unnormal geil. Erinnert euch an Marshmallow, Freunde. Und das soll es mit dem Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne mal einen Daumen. Darf euch nicht zu abonnieren und die Glocke zackt werden. Ich wäre dann somit raus, Freunde. Haut rein, geht mit dem Flow, euer Fraps und ciao.